Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren Let's Play, äh, Let's Flash, nicht Let's Play. Dieses Spiel heißt... Happy Wheels! Los geht es dann mal, Play Demo und wir starten mit Happy Green Hills. Scheint am besten zu sein, naja, dann gewillen wir mal. Na, das wollten wir direkt vermeiden, aber sein Kopf hängt ja noch dran, trotzdem wollen wir nicht mehr fahren. Nochmal das Ganze. Geben wir es mal langsam ab hier in dem Rentnerbike. Oh, San Fernando sag ich nur, San Fernando. Das war ja mal sehr, sehr kritisch. Naja, ein Looping wollen wir machen. Boah, da hatten wir aber noch mal masterhaftes Glück gehabt. Boah, oi, nein! Fahr doch hoch! Er ist wieder heute geil drauf. Ah, boah! Scheiße, das ist mir fast noch nie passiert. Na ja. Erstmal Exit hier. Lass mal schon mal liegen. Werden dann gleich automatisch nach vorne geht und können Vollspeed losgleichen. Super gemacht! Ganz funny dieses Spiel sag ich euch. Im geilsten finde ich hier diesen... Mit diesem... Na, ich weiß nicht wie man das nennt. Dieses Teil. Oha! Nein! Das ist doch klar gewesen! Da war ich zu dumm, ey. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Egal. Er kommt hier noch hoch. Ich fasse es nicht. Nein. Das waren aber nur seine Beine. Da kann ich nur mitfahren. Das gibt es ja nicht. Ach, scheiße. Wie komme ich jetzt da hoch? Was schaffen wir? Yeah! Pfff! Aber Treiber, jetzt tickt er aber raus, ey. Na? Ach, Mann! Das war sein Kopf und dann war es das jetzt hier auch. Ein Versuch an diesem Level. Dann gehen wir zu einem anderen hinüber. Oha, yeah! Das war es dann hier. Wir haben ihm wieder den Kopf gebrochen. Speed Bridge. Wow! Schreibt mal in die Comics, ob ihr euch auch diesen Abhang hier gerne mal runterfahren würdet. Und es euch auch trauen würdet. Ich würde gerne mal wissen, wer sich das traut. Also, da haben wir unseren netten Sohn verloren. Das ist ja mal klasse! So, und jetzt hier... Wenn ihr irgendwo einen Berg habt oder so, der so abgeht, würde ich gerne mal wissen, ob ihr es schafft. Und da hat er sich sein Leck gebrochen. Ja! Wir kommen mit einem gebrochenen Bein an. Gebrochenen Bein? Abgerissenen Bein. Deswegen können wir nächstes Level starten. Das mag ich nicht. Nehmen wir mal Gutt. Äh, gut. Bus. Extrem. Hm. Wir gehen mal hier. Da ist Z. Und da lässt er sich reinfallen. Nein! Er nimmt das Ding auch noch mit. Ja, dann kann ich rausfallen, ey. Nein! Boah! Das ist saad! Ah! Scheiße! Ah! Da muss man... Oh! Nee! Komm! Lieber aus hier! Noch mal! Der war ja mal geil! Extrem! Wie das der Tier hier schon sagt. Ach komm! Sei nicht so hilfreich! Boah! Der macht ja Akrobatik in diesem Bus. Oh! Das war der Kopf! Da tickt dieser Bus hier eiskalt aus. Nochmal. Sonst können wir das nicht unter Kontrolle halten. Nein! Na! Jetzt wir sehen, was er sich direkt bricht. Und? Nix! Erstmal hängt er mit diesem Kopf irgendwie unrealistischen Lenker drin. Aber jetzt hat er sich auch seinen Kopf abgerissen. Super! Das gefällt den kleinen Kindern bestimmt. Deswegen mach ich mal lieber aus. Jetzt muss ich mich aber super hier reingefallen lassen. Boah Junge, ich krieg's nicht hin! Scheiße, man! Na ja, jetzt hast du halt dein Bein gebrochen. Oh nein! Boah! 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 Dort ist er trotzdem leer, schon. Ah, jetzt hat er das doch noch geschafft. Judith erhängt. Hängt noch an einer Sehne, dieses Ding. Dieser Leck, dieser Fuß. Ui, gut dass der Kopf noch dran ist, da hat er sich auf jeden Fall den Arm rausgerissen, der sieht aber geschmacksvoll aus, Mann, Mann, Mann. Boah, nein, das war seine Ripp, ach du Scheiße, ii. Boah, da hängt der Kopf noch an den Dingern dran, bah, und wir haben's, wir haben's, nein! Und, komm, 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 das darf doch nicht sein! Wir müssen stehen, ne? Fuck! Komm, das schaffen wir, das schaffen wir doch! Das darf doch nicht wahr sein, Mann! Ey, das ist doch... Leute, wir haben's geschafft, bla bla. Wir nehmen den BMX Pack 2. Boah, geil! Achso, wir müssen da... Oh, ne, geil! Müssen da jetzt noch mal reinfallen? Yay! Wow, 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 der hat's aber heilig! Und jetzt geht's hier ab, wey, mit Tricks und so! Fallen liebst! Boah, Scheiße, ne! Oh, oh! War aber unser Glück, ne? Stell dir vor, wir hätten uns da ein Bein oder so, gell! Warum kriegt man vom Windstoß und bricht sich da von den Arm? Ja! Super Parade hier rein! Das sieht ja noch mal lecker aus, zum Ende! Moment mal eben! Ja, ich mach noch zwei Minuten hier! Snow... Guck mal, das mag ich noch nicht gesehen! Cauliflow! Oh! Hm! Na okay, wenn er dann die Beine abgerissen hat, dann wird das wohl nix! Ja, dann kann ich das jetzt auch wieder vergessen. Aber wie soll ich denn sonst da hinkommen? Ah, dann muss ich mich da dranhängen, was? Nimm dich da dran, du kleiner... Lass das Ding noch mal los! Weil er ist so dumm. Ey, du hast doch nicht mehr allo... Mann! Down of the Dead. Boah! Hardcore! Why yeah! Und da hat er sein Bein abgerissen? Nein! Mal sehen, wo er hinknallt. Aufzug, ne? Bääääääää! Ihh... Guck mal, jetzt fahr ich über den Knopf und dann ist er weg. Wow! Die Partygang losgehen, wieder ein Bein ausgerissen. Klasse! Also muss ich da jetzt jumpen? Kein Thema. Dann knall ich erstmal in die Luft. Was macht er denn? Nein! Nein! Das ist so nicht wahr, Leute! Da kann sie doch nicht mit seinem Bein brechen. Oh! Jetzt weiß ich aber, wie ich es hinkriege. Sauber! Also fahren. Jumpen. Jaaa! Seht ihr an, ich schaffe es einfach nur. Oh nein! Ich glaube, ich muss mich an diese Liane festhalten. Klasse! Das gefällt mir doch immer. Das gefällt mir eben überhaupt nicht. Ja! Ohne Schmerzen weitergekommen! Und dann passiert sowieso immer das Tricks. Das war's dann wieder mit diesem Let's Flash. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Flashi. Tschüssi! Servus!